Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Prey. Ich habe momentan 30 FPS, aber das geht irgendwie. Nebenbei stream ich noch, deswegen werde ich zwischendurch auch immer wieder mal mit ein paar Zuschauern sprechen. Wie momentan der Joe, Eagle, alles klar. Ich suche nach weiteren Neuromods, während sie unterwegs sind. Mein Hund geht erstmal komplett ab. Ah, das ist mir jetzt scheißegal. Warte, jetzt habe ich gerade meinen Ton ausgemacht von meinem Headset. So. Und wir müssen jetzt zu mehreren Zielen. Einmal Fluchtkapsel, Schlüssel. Genau, wir wollten ja. Ob es nicht das, wo war es denn jetzt? Äh, war es M? Ja, über M kann ich da auch ein. Ziele. Genau. Wer ist die Sambo? Hol den Schlüssel zur Alex-Fluchtkapsel. Der Schlüssel der Leiche. Whistleblower. Suchen, okay. Hm. Auf Karte ansehen, wo ist denn das? Wo bin ich denn momentan? Okay. Was bedeuten die roten Dinger? Luftschleuse. Sperre. Luftschleuse. Okay. Wo bin ich? Spiel da. Ist da. Gats. Das ist das Ziel. Hä, wo bin ich denn momentan? Keine Ahnung. Da. Äh, hallo. Ah, da bin ich. So. Das ist hier aber irgendwie nicht dran, ne? Ist es hier? Da ist es. Okay, die Karte kapiere ich irgendwie nicht. Warte. Das machen wir weg. Wer ist die Sambo? Machen wir vielleicht erstmal, wer ist die Sambo? Das gehört da hin. Und zwar da, in die Neuromod-Abteilung. Neuromod-Abteilung. Wo ist es denn hier? Keine Ahnung. Boah. Was weiß ich da? Wieso kann ich denn nicht rein? Ich klicke drauf, aber geht nicht. Gut. Dann gehen wir erstmal zu Wer ist die Sambo? Der Fluchtkapselschlösser. Und versuchen da erstmal unser Glück. So. Das mit den Grafikeinstellungen, da hab ich irgendwie immer noch nicht geschissen bekommen. Ähm. Keine Ahnung, was es ist, dass es immer so nachlebt. Ja, hier zum Beispiel das Bild. Als wenn ich es genau ansehe. Ne? Dann kommt es auch nicht. Aber die Tür, ne? Kommt erst nach drei Sekunden oder so. Ab. Na, muss ich da rein? Aboretum. Wie komme ich denn da rein? Oh. Kann ich hier irgendwie runter? Ne, hier gibt es keine Treppe. Hier gibt es einen Aufzug. Oder irgendetwas Ähnliches. Äh, ne. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier ist ein Exit. Hier kann ich runter. Warte. Human Resources, Steph. Oh, ne. Gehen wir vielleicht mal hier lang. Da rein. Wieso kann ich hier nicht rein? Jetzt mal ehrlich. Magnetbandlaufwerk? Dafür brauche ich Hebelkraft 3. Was habe ich denn momentan? L. M. Gehen wir nochmal in N. Neuromods. Hebelkraft 3. Das war Hacker. Hebelkraft. Das hier? Ne. Das hier. Da. Oh. 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 Ich habe da erst L. Ich habe da erst 1. Okay. Das heißt. Oder müssen wir noch ein weit runter? Wir gehen einfach mal ein weit runter. Gehen wir jetzt hier rein? Ich weiß jetzt nicht. Das Aboretum. Was will der denn von uns? Ja. Jetzt bin ich hier dran. Aber. Ist das unser Hauptziel? Was denn da unten? Aboretum. Das ist unser Hauptziel, glaube ich. Alter. Ich schrege mich immer. Wir brauchen. Was brauchen wir? Die. 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 Fluchtkapsel. Ja. Dafür brauche ich, glaube ich, die. Die Hebelkraft. Okay. Nehmen wir was anderes. Ich will es eigentlich schon mitnehmen. Ziele war es. Genau. Schlüssel der Leiche. Das gehen wir weg. Besatzungsquartiere. Benutzer. Besatzungsquartiere. Garte. Da müssen wir aber raus, glaube ich. Ich weiß nicht, wohin. Stationskarte. Lobby. Wir sind in der Lobby. So. Wir müssen in diese Besatzungsquartiere. Aber dafür müssen wir erst ins Aboretum. Ne? Und dann in diese Besatzungsquartiere. Ja. Hier müssen wir dann erst. Da. Neuromod-Abteilung. Aus der Lobby raus. In die Neuromod-Abteilung. Neuromod-Abteilung. Ah, das war eher, wie ich gerade schon sagte, glaube ich, echt mit diesem Hebe den Whistleblower. Mal eben schauen. Äh, auch Besatzungsquartiere. Ah, da kommen wir irgendwie nicht durch wegen der Luftschleuse, die gesperrt ist. Wir müssen ins Aboretum. Alles klar. Gut. Ups. Dann gehen wir mal ins Aboretum. Und zwar mit der Shotgun. Nicht mit der Schrotflinte, sondern mit der da. Margrave. Ist viel besser. Oh Gott, meine Maus singt's. Könnte ich hier einfach runterspringen? Die Stationsleitung meldet Alarm. Achtung. Die Stationsleitung meldet Alarm. So. Die Psychotronic. Ja. So ist das. Ich bin mal gespannt, was jetzt weiter passiert. Das war ja momentan das... Ja, was war denn momentan? Keine Ahnung. Äh. Ach so, wir haben diesen komischen Typen da befreit. Genau, diesen Arnold, oder wie er hieß. Oh oh. Genau, hier passiert hier eigentlich, glaube ich, nix, ne? Weil hier waren ja schon Gegner. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Sicherheitsstation, da ist es. Sicherheitsstation, aber... Wir müssen hier ans Arboritum. Psychotronic, jetzt bin ich da. Oder können wir von den Guts in die... Ja, ja, wir müssen, wir müssen so rum. Wir müssen zuerst in die Guts, oder G-O-T-S. Ich nenne es jetzt einfach mal Guts. Und von da an müssen wir dann in dieses Arboritum. Wat? Hier ist alles zu. Ach nee, hier geht's dann. Genau. Dann bin ich ja in der letzten Folge ganz umsonst den komischen Weg gegangen. Aber... Das machen wir nicht. Also, wirks mal die Position. Ich dachte, du könntest mir vielleicht ein bisschen helfen. Bitte warten. Okay. Ja. Hier müssen wir wieder lang. Ja, wirks mal bitte die Position. Ja, da ist der Typ, der Arnold, oder wie der hieß. Genau. Materialgewinnung. Und da hinten müssen wir hin. Können wir das? Ah ja, hier kam ja jetzt diese komische. Genau, alles klar. Okay. Ich erinnere mich. Und jetzt hier rein. Und da sind die Guts. Eben was trinken, weil... Alles ist trocken. Ah. Ah. Und dann gehen wir in die Guts. Neuromods haben nur bestimmte... Keine Ahnung. Bestimmte Eigenschaften zur Verfügung, die sie nur als männliche... Sachen... Angesehen werden in der Gesellschaft. Ah. Ja. Genau. Das hier war's. Das war genau das, was ich nicht verstanden hab. Na. Oh, nicht. Nein. Aua. Ja. Denn jetzt kommt gleich eine Situation, da weiß ich nicht mal weiter. Denn da fehlt mir irgendein Code oder ich hab Hacken 28 noch nicht. Und deswegen kommen wir da irgendwie auch nicht weiter. Aber wir kommen sonst auch nicht weiter. Da kommen wir noch weiter. Ja. 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 Hier sind auch alle Viecher zerstört worden. Aua. Das war dumm. Aber das ging noch. Und hier komm ich jetzt nicht weiter. Ja. Magnet... Ähm... Magnetosphäre. Cargo-Tunnel. Oder Tunnel. Und hier brauch ich jetzt einen Code. Oder... Keine Ahnung was. Da hab ich grad schon irgendwas gesehen. Cysloid oder so. Wartungstunnel. Da muss ich... Ich muss ehrlich gesagt jetzt eben kurz googeln. Ja. Weil... Keine Ahnung. Die hab ich auch nirgendwo gesehen, den Code oder so. Eben kurz googeln. Ähm... Prey. Wartungstunnel. Tunnel. Code. Äh... Zack. Bla bla bla. Ich will auch nur diesen eigenen Code haben. Ja. Ich bin hier grad auf alle Code-Kombinationen und ihre Fundorte. Aber ich will echt nur... Da. Save oder Tür? Tür. Fester Code? Nein. Fundorte. Wartungstunnel. Äh... Äh... Hallo? Willst du mir nicht den... Kein fester Code? Heißt, ich kann dann einfach... Was machen? Das, das, das... Was? Hacken? Oh shit. Die Heckerfähigkeit ermöglicht dir, Sicherheitssysteme die... Keypads, Arbeitsterminals und Sicherheitsstationen schützen zu umgehen. Mit verbesserter Fähigkeiten kannst du Roboter-Systemen wie Geschütze und Operatoreinheiten hacken. Benutzt zum Hacken ein System... BASD. Um schnell durch den Bit-Strom zu steuern und das Ziel zu erreichen. Sobald du im Ziel bist, drückst du... Okay. Alles klar. Oh. Ah, da. Oh. Aua. Oh, ist das schwer. Man wird nämlich immer zurückgeschossen. Da oben. Muss hin. F. Oh, was? Mehr? Ich dachte nur eins. Aua. F. Nein. Oh, shit. Was passiert jetzt? Oh, ich schade. Okay. Nochmal. Äh, da. Oh, das aber... Ey. Lass mich da durch. Bitte. So. Och, Y. Nicht... Y. Wie kommt man auf so eine Taste, ne? Müssen die sich auch gedacht haben, ne? Nein, ich war auf Y. Komm schon. Wieder schaden. Nochmal. Hä? Ein ganz anderes Labyrinth. Müssen die Entwickler sich auch gedacht haben, ne? Ärgern wir die einfach mal. Wir nehmen jetzt die Taste Y. Statt F oder E. Nee, Taste Y. Was? Wie soll das denn so schnell gehen? Hallo? Jetzt mal ehrlich. Ich bin gleich tot. Inventar. Medikid. Alles klar. Nochmal. Gut. Äh... Dein. Oh. Da bin ich gespawnt. Ich hatte gespawnt da rechts. Wo das Ding war. Hier. So. C. Ja. Habe ich. Aua. Und... C. Ja, klappt doch. Alter. Das hat jetzt... lang gedauert. Oh. Die ganzen... Ah, ja. Stimmt. Mit Rechtsklick hat ich ja dieses... komische Ding da. Ja. Stopp. Äh... Ich brauche die Pistole. Ich habe das Spiel relativ lang nicht mehr gespielt. Das ist jetzt natürlich mein Nachteil. Das ist jetzt natürlich mein Nachteil. Hallo. Alles klar. Der ist weg. Habe ich keine Muni mehr? Oh, ich habe keine Muni mehr. Jetzt kommt radioaktive Strahlung. Dazu. Jetzt habe ich dafür natürlich auch keine Muni. Nee. Geweck. 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 Antriebssysteme bestätigt. Alles klar. Ist klar. Ja, ja. Was? Was? Was wollen sie von mir? Ich habe doch nichts gemacht. Ich kann hier runtergehen. Morgen. Sachte. Bewege mich. Dieser Impuls hat ihre Anzugssysteme recht hart getroffen. Er kam aus der Substation vor Ihnen. Eine Magnetosphäre um die Talos 1 sorgt dafür, dass die Sonne sie nicht kommt. Hoffentlich hält der Generator durch. Um ihres Willen. Mir macht das nichts. Das war klar, dass es dir nichts macht. Ja. Oh, meine ich will. Ja, ja. Durchgebrannte Platinen. Nehmen wir das mit. Müll können wir immer gebraucht. Können wir einfach wiederverwerten. Einfach guten Müll draus machen. Gehen wir der Ersatzhalle. Ja. Und nein. Nicht in die Ecke. Und wieder. Rollen. Schneller. Und langsamer. Und durch da. Sehr gut. Rollen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, hat er gesagt. Da rein. Ins Abort... Abort... Abortorium. Oder Abort... Keine Ahnung. Keine passende... Äh, was? Willst du mich verarschen? Notiz. Zutritt nur für Befugte wenden sie sich an Anders Klein in der Magnetosphärenkontrolle. Äh, brauchst du einen Schlüsselkontrolle? Anders Klein in der Max... Äh... Ja. Ja, das ist alles gleich. Okay, schön. Äh... Magnetosphärenkontrolle. Jetzt hat ich wieder... Geflügt 3 FPS... Da vorne. Oder? Hallo? Können sie mir helfen? Ne. Du bist scheiße. Bist du irgendwas Interessantes? Ne, du bist scheiße. Raymond Reitley. Ne, du kannst mir auch nicht helfen. Äh... Oh, was ist das denn hier? Hä? Kam schon... Äh... What? Ach ne, ich komme hier. Nein. Wir rollen eben. So. So. So, glaube ich. Ja, und hier müssen wir rein. Genau. Die Willkraft normal. Alles klar. Gut. Systeme offline. Äh, die können wir, glaube ich, zerschlagen. So war das, ne? Glaube ich. What's on? Boom. Ne, können wir doch nicht. Alles klar. Äh... H2O. Alles klar. Danger Shockwaves. Oh. Alles klar. Oh. Wer bist du denn? Bist du hier, klein Typ Anders? Du kleiner Anders. Klein. Anders. Was passiert hier? Darf ich hier durch? Was passiert da? Laurel Davis. 15€ 190